Amsterdam haben wir jetzt noch. Dank Ihnen, Commander, existiert die Sowjetunion nicht mehr. Ihre verfehlte Philosophie ist dort, wo sie hingehört. In der Mülltonne der Geschichte. Mein Sohn, ich bin stolz auf dich. Danke, Vater. Du hast Ihre Zeitmaschine vernichtet und die Unabwendbarkeit unseres Reiches wiederhergestellt. Ich denke, Vater, wir haben unser Schicksal selbst in der Hand. Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Denn du bist der direkte Nachfahre von Kaiser Jimu, dem spirituellen Anführer der Samurai, Meister des Bushido, den Weg des Kriegers. Ein Mann muss einem Kodex folgen. In der Tat, mein Sohn. Schließt du dich mir an? Vater, hilfst du mir, unsere Feinde zu besiegen? Es wäre mir eine Ehre. Commander, jetzt wird es Zeit, alle zu vernichten, die es wagen, sich dem Reich der aufgehenden Sonne zu widersetzen. Ja, dann können Sie sich wieder setzen. Unsere Zeit ist gekommen, Commander. Wir haben die Stadt Amsterdam eingekesselt und nun beginnen Sie mit der Vernichtung der Alliierten. Ihr Hauptquartier muss ausgeschaltet werden und die Wiege Ihrer Waffentechnologie, das Future Tech Forschungszentrum. Gehen Sie davon aus, dass der Feind die Anlage um jeden Preis verteidigen wird. Seien Sie für uns erfolgreich, Commander. Zwei alliierte Kommandeure haben ihre letzten Truppen in Amsterdam zusammengezogen. Sie verteidigen die Future Tech Zentrale. Schalten Sie die alliierte Luftwaffenbasis aus. Die Mission habe ich immer als relativ komplizierte in Erinnerung gehabt. In dieser Stadt wimmelt es von niederem Volk. Wir sollten diese Gestalten im Schwert überantworten. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ich werde Sie alle vernichten. Ich glaube ich habe ein paar Marine-Sachen da unten irgendwo. Ein Bauhof. Da bleibt ja kein MDF. Wot des Kaisers bereit. Kaisers ist MDF verifiziert. Wohle Genehmigungen erhalten. Hui, da ist eine ganze Basis. Feindliche Einheit überlegt. Neue Bauaufgabe. Neue Bauaufgabe. Racken und Kern. Generator Kern. Generator Kern. Generator Kern. Rücksitzung zu der Erkrankung. Einsatze. Bereite Kernstationierung vor. Ne, ein Ausgang ist da auch dabei. Wir müssen den alliierten Stützpunkt zerstören. Damit sichern wir den Einsatz unserer eigenen Luftwaffe. Viel Glück und möge die Ehre mit Ihnen sein. Bau abgeschlossen. Hohe. Wenn wir den Stützpunkt zerstören, dann dürfen wir Lufteinheiten benutzen. Vorher haben wir jetzt nur Bodentruppen und Marine. Wobei ich mit Marine momentan nicht viel machen kann. Weil ich habe keinen Anschluss an die See. Das ist momentan deine Aufgabe, die Seeherrschaft an dich zu reißen. Ich muss irgendwie schauen, dass ich am Boden zurechtkomme. Ich will bezahlen. Ich bin nicht. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Dürb gebaut. Nino-Zek-Großrechner brauchen wir hier auf jeden Fall noch. Dürb gebaut. Großrechner Kern. Bereit. Brücke zur Stationierungsort vor. Generator Kern bereit. Brücke zur Stationierungsort vor. Ausbildung. Kein Falt ist zu groß. Brauchen Sie mich nicht mit dem Schleifel zu groß. Sie wissen nicht, wie das ist. Sie haben keine Schleifel. So ein richtiger Bomber. Kein Falt ist zu groß. Ich heiße Yuriko. Ach ja, man kann ja nicht. Sie werden uns nicht mehr stören. Ne, da musst du warten, bis ich mit der Basis da hinten fertig bin. Und ich muss da erstmal ein bisschen belagern, weil die sind ziemlich gut belagert. Also die sind ziemlich gut verbunkert mit allen Regeln der Kunst. Mit Spektrum-Türmen, Multigunnern, alles was das Herz begehrt. Ich habe jetzt aber schon die Energiewellenartillerie vor Ort. Wer braucht schon Freunde? Ah, verdammt. Yuriko hat recht. Wer braucht schon Freunde? Die Entscheidung ist getroffen. Angriff. Ja, geh doch noch mehr. Sie werden mich fürchten. Eine Einheit wird angegriffen. Sie sind nicht. Unzureichende Mittel. Feindliche Einheiten in der Umwand. Sie wollen mir immer wehtun. Sie werden alle bezahlt. Energiewaffe bereit. Rache des Kaisers bereit. Sie wissen nicht, wie das ist. Es ist alles bereit. Sie hatten ihre Chance. Unzureichende Mittel. Wir bringen sie mit Gebräts mit ihren Gehrausam. Nun seh ich mich an. Du. Ich hasse sie. Das reicht. Dann bin ich zu mir. Sie werden mich fürchten. Sie werden sie ergeben. Feindliche Einheiten entdecken. Unzureichende Mittel. Wir haben noch ein paar... ...dobjertechnologien. Ja, so wie jetzt haben wir hier auch als Gegner. Mit der Karate aber hauptsächlich alliiert. Ich habe mich entschieden. Auch ein Partner-Signal. Weitemohrfahrer. Ich habe sie. Eine Einheit wird angegriffen. Neutralisiert sie. Ich schlafe. Feindliche Einheiten entdeckt. Los, los. Sie müssen schon etwas mehr bieten, als das. Sonst haben sie keine Chance. Binge. 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 Was gibt es? Wo ist es denn her? Schmerzen wir das Metall. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Der Gestank dieser Kanäle ist widerwärtsig. Eine Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten entdeckt. Ich merke mich zu Ihnen. Angriff vorbereiten. Binge. 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 Sie werden mich fürchten. Das ist eine richtig schöne Belagerung. Es ist wirklich schwer in diesen engen Kanälen zu kämpfen. Vor allem wenn der feindliche Flugzeugträger würde. Das feindliche Kommando? Wo ist Tanja? Aber ich habe jetzt gleich meine Superwaffe. Wäre gut, wenn du die bald hast, weil die ja feuert gleich. Ich habe zwei von denen. Ja, ich bin dabei. Ansonsten, ich habe einen Nanoschwarm, damit wir die eventuell abbremsen können. Sie werden vor uns knieen. Chord hat mich nicht raus. Sie werden sich ergeben. Ihr letzter Atemzug an. Und das ist keine Salchenthal. Ich habe da. Yogeko macht verrücktes Lachen. Sie werden mich fürchten. Oh, ich habe Rocket Angels bekommen. Einheit verlogen. Limmstieg! Unser Mahbündetag wird angegriffen! Dattellen Feedback. Sei ein Feindlicher Standpunkt entdeckt. Voll machen wir den règsten des Kaisers! Sie werden alle bezahlen! Eine Einheit wird angegriffen! Sie werden trotz uns verletzt! Sie werden mich fürchten! Weg 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 wir� you! Nein, nicht richtig! Ah, fuck! So, wir haben jetzt Luft-Einheiten zur Verfügung. Ah, die hat... Fuck! Jetzt sag ich Ihnen, was das Reich der aufgehenden Sonne ist, ein Fehler in der Zeit verstanden! Dachten Sie, mit der Zerstörung der Zeitmaschine wäre der Fehler beseitigt? Aber ich kann sie noch stoppen! Irgendwie... Ach, das ist hier so eine typische Sache, die mir bei Spielen immer auf die... Die Alliierten werden uns nicht schonen mit ihren Superwaffen! Schützen Sie Ihre Truppen mit dem Nanoschwarm! Warnung! Ein Proton-Collider wurde aktiviert! Ah, verdammt! Zu spät! Die Schande, die sie über mich gebracht haben durch ihr Versagen, wird selbst in Zukunft niemals vergessen werden! Auch ihre Enkel werden noch vor lauter Scham die Köpfe senken! Äh? Die Sowjets setzen ihre eigenen Vorantäne... Das ist eine komische Reaktion zwischen Proton-Collider und Nanoschwarm! Unsere Zeit ist gekommen, Commander! Zwei alliierte Kommandeure haben ihre letzten Truppen in Amsterdam zusammengezogen... Okay, ich muss nicht so schnell agieren da oben! Sie verteidigen die Future-Tech-Zentrale! Schalten Sie die alliierte Luftwaffenbasis aus! Und vorsichtiger! Naja, überlass den ganzen Landkampf einfach mir! Konzentrier dich voll auf die See! Mach ich doch! Und ich muss schneller werden! Du kannst dir dein, äh... Dein Doge und dein Mac-Plattform kannst dir ein Land aufbauen und dann verkaufen, dann hast du ein bisschen mehr Ressourcen! Wenn dir das was hilft! Unser Verbündeter wird angegriffen! Ich wusste, dass es dazu kommen wird! Sie werden bleiben! Ich hasse sie! Eine Einheit wird angegriffen! Ich stehe über ihnen! Ist das von Bedeutung? Ist das von Bedeutung? Ich stehe über ihnen! Feindliche Einheiten entdeckt! Routes Casas bereit! Feindlicher Stützpunkt entdeckt! Einsatzziel erreicht! Neue Bauoptionen! Wir müssen den alliierten Stützpunkt zerstören! Damit sichern wir den Einsatz unserer eigenen Luftwaffe! Viel Glück und möge die Ehre mit ihnen sein! Habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass ich sowas nicht leiden kann, dass das Gameplay da auch immer funktioniert? Ja, das hast du schon ein paar Mal erwähnt! Hey! Guck dir das an! Ungeeigneter Bauplatz! Ja! Schnappschlapp! Ja! Schnappschlapp! Ja! Deswegen mag ich ja auch WoW! Da wird beim Kräften eigentlich ständig geprägt! Hey! Da! Guck dir das mal an! Bau abgeschlossen! Neue Bauoptionen! Und es gibt seltenmal Zwischensequenzen! Bau abgeschlossen! Neue Bauoptionen! Ausbildung! Ich diene dem Kaiser! Warum baue ich die eigentlich dahin? Da könnte ja angegriffen werden! Ich diene dem Kaiser! Ich diene dem Kaiser! Obwohl ich ja eh verkaufen will! Na eben halt! Stimmt aber was! Den brauche ich noch! Große Rechnerkampf! Große Rechnerkampf! Ich diene dem Kaiser! Und hier gerüttelt! Ungeeigneter Bauplatz! Ungeeigneter Bauplatz! Ungeeigneter Bauplatz! Das war gerade grün! Zielpunkt erfassen! Kein Zeit ist zu groß. Kein Zeit ist zu groß. Kein Zeit ist zu groß. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Feindliche Einheiten entdeckt. Unser Verbündeter wird angegriffen. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Neues Bonus Ziel erhalten. Sie wissen nicht, wie das ist. So, einen brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Kein Zeit ist zu groß. Also ich fange mit der Belagerung von ihrer Base wieder an, sobald ich meine Energiewellenartillerien bauen kann. Dauert nur noch ein kleines bisschen, bis der MEG-Plattformdurchbruch durch ist. So, und da bin ich ein. Oh Gott, natürlich. Ach, das ist das. Habt ihr das gehört? Ich diene den Geist, die mir meine Schwellenmeer das mitteilt. Feindliche Einheiten entdeckt. Ich diene den Kaiser. Ich diene den Kaiser. Ich diene den Kaiser. Ich diene den Turmkern bauen. Kein Zeit ist zu groß. Wir brechen sich mit Gewalt. Habe ich da oben noch eine Öl-Raffen-Awee, die ich einnehmen kann. Und hier ist das. Ich diene den Kaiser. Es wird Zeit, wir müssen handeln. Weillen Feindliche Einheiten entdeckt. Wir gehen mit einem Warmschuss. Nanosharm, bereit. Energiewellensystem aktiviert. Unzureichende Mittel. Ist alles bereit. Wir gehen in Feuerreichweite. Sie werden alle bezahlen. Sie werden mich fürchten. Ausdauern. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Unzureichende Mittel. Oh. Sie werden alle bezahlen. Unzureichende Mittel. Zeigen Sie mir meine Beute. Wir schmelzen mehr etwas Metall. Zeigen Sie mir meine Beute. Eine Einheit wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Schmelzen wir etwas Metall. Unzureichende Mittel. Wir warten dort. Kann ich eigentlich besser verbessert. Ah ja. Marina. Gepanzerte Flotte. Warum habe ich das nicht schon viel Ehre gemacht? Ich bin viel zu langsam mit dem Upgrade. Ich vergesse die Upgrade. Das ist ein Teil zu steuern. Kommt, Feuersteller. So, die erste habe ich schon gleich. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Der Gestank dieser Kanäle ist widerwärtig. Okay, jetzt brauche ich noch einen Kontakt. Ja. Und da oben habe ich noch eine... Sie müssen schon etwas mehr bieten, als das, sonst haben Sie keine Chance. Ah, da kommt er auch schon mit rein. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Sie werden alle bezahlen. Ich habe mich entschieden. Wer braucht schon Freunde? Boah, das ist gemein. Aber gut. Alter, das war jetzt so richtig, richtig. Und ein guter Bauchner. Wird ausgeführt. Ohne Genehmigungen, Alter. Neue Bauoptionen. Gut. Bau abgeflossen. Blau bleibt mein Lob. Werds mal Kompliment. Sie werden... Hast du sehr gut gemacht. Endlich. Bitte. Die Waffen sind doch kaputt. Ich blute. Unsere Scanner empfangen seltsame Daten. Jetzt sage ich Ihnen, was das Reich der aufgehenden Sonne ist. Ein Fehler in der Zeit verstanden. Dachten Sie, mit der Zerstörung der Zeitmaschine wäre der Fehler beseitigt. Aber ich kann sie noch stoppen. Eine Einheit wird angegriffen. Himmel, es regnet Metall. Satelliten. Was für plumpe Wasser. Oh ja. Und ein Verbündeter wird angegriffen. Die Sowjets setzen ihre eiserne Vorhang-Technologie gegen die Future Tech-Zentrale ein. Sie werden sich ergeben. Nenken mich zu diesem Anhaltsleben in eine Lektion. Sie hatten ihre Schubs. Bau abgeschlossen. Vorsicht, ich bin hier raus. Ich bin selber schuld, wenn man so nah am Land kann. Der ist. Upgrade abgeschlossen. Neue Bauoptionen. So, ich hau Ihnen mal Ihre komplette Energieversorgung weg. Ich habe nämlich Ihr Kraftwerknetz gefunden. Sehr gut. Schau mal ein bisschen nördlich von meiner aktuellen Armee. Eine Einheit wird angegriffen. Was da für ein Kraftwerknetz ist. Lass mich kämpfen. Ja. Heimliche Einheiten entdecken. Ich wünsche, ich hätte nur drei Mal beförderte. Sternen beförderte. Ne. Vaginalversorgung und Schlachtschiffe. Eine Einheit wird angegriffen. Das kann ja. Das kann ja. Zeit, wird das Kommando geortet. Dann fängt die Ungehaus ab. Was macht die da? Wer hat sich geweckt? So ist gebaut. Ich bin sowieso schon spät für den Gegner. Ich habe vier, acht, neun, Schobo und Schlachtschiffe. Alles, was auch nur in die Nähe kommt, wird kultrisiert. Jetzt schreibt nicht immer noch Skybahn. Ich auch. Also ist das die Gruppe. Okay. Das kann sein. Ich kümmer mich, ich gehe, ich fahre schon mal Richtung... Vier von meinen fünf Energiewellen-Artillerien sind der Sternenrank. Das ist so klasse, ey. Die fahren, die fahren an der Küste vorbei und sie schießen erst mal alles von an der Küste rumher. Bam, 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 bam. Voll cool. Eine Einheit wird angegriffen. Und ich habe einen König-Uni mit Sternen. Also sogar zwei. Feindliche Stützpunkte entdeckt. Feindliche Einheiten entdeckt. So, ich hole mal noch die zweite Öl-Plattform da oben. Ich soll jetzt wahrscheinlich nicht mehr so ausschlaggebend... Also wenn die jemals wieder Energie haben, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich habe inzwischen alle ihre Kraftwerke kaputt gemacht. Ich kümmere mich um die Quatsch-Vorschungsstation, okay? Aber ich bin gleich da. Feindliche Stützpunkte entdeckt. Einweich in D.A. Da kommen sowjetische Truppen auf. Richtig. Ach, muss man die zerstören? Ist das alles eigentlich? Nun gut. Muss man die zerstören oder einnehmen? Die, was zerstören? Die sowjets? Oder was? Ne, die Vorschungsstation. Die müssen wir zerstören, aber die wird... Sobald wir die anfangen zu zerstören, kommt sowieso ein letztes Gefechtsszenario. Wo wir alle noch mal ein paar Truppen bekommen und dann, äh... Feindliche Stützpunkte entdeckt. Ja, gegen den Gegner noch mal vorgehen müssen. Aber ganz, jetzt habe ich keine Luftabwehr. Hast du eine Luftabwehr? Ne, gerade gar nichts. Verdammt, der hat der... Aber ich, äh... Rück jetzt in die sowjetische Basis vor. Ja, ich würde... Ja, ja gut, er ist von mir abgelöst. Er ist von mir weg. Weil der hat mich mit dem Stromabwehr gelöst. Meine Einheit wird angegriffen. Meine Einheit wird angegriffen. Dieses rote Tür ist nicht im Vergleich zu Nakasos. Das... Ich bin fertig. Von beiden Seiten aufgeräumt. Ja. Das sieht einfach nur aus diesem Feuer... Ja, klar. Ja, lang. Ja, da kann man das schon. Jetzt müssen wir nur noch das letzte Gefecht gewinnen. Nein, nicht einen Schritt weiter. Ich brauche mehr Zeit mit dem Chronosphären-Prototyp. Ich werde nicht zöcken, eine... Katastrophe auszulösen. Kapiert? Sie wollen uns vernichten. Aber das Reich der aufgehenden Sonne steht aufrecht. Machen Sie sie ein für alle Mal fertig. Das Future Tech-Forschungszentrum muss dem Erdboden gleichgemacht werden. Lass sie kommen. Kommander, Sie müssen vorstoßen. Ich werde Ihnen meine besten Elite-Krieger zur Verfügung stellen. Erringen Sie mit Ihrer Hilfe den Sieg. Vergeltung des Kaisers bereit. Okay, Sie kommen nicht. Na dann. Diese König Onis führen uns zum Sieg. Wir werden triumphieren. Eine Einheit wird angegriffen. Ab der Drohne frei. Einheit verloben. Ziel wählen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Wer will ich Sie? Wer will? Feuer frei. Für den Tello. Mann, mach die kalt. Okay. Da kommen nur noch ein paar Flagg-Trooper von hinten. Die brauchen uns auch nichts mehr. Für den Ruhm meines Reiches. Kommander, Sie müssen siegen. Machen Sie uns stolz. Dienen Sie Ihrem Tenno. Eine Einheit. Nein. Nein, 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 nein. Sie sind ein Fehler. Mein Fehler. Oh, 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 oh. Okay, da kann ich einfach halt nicht sagen. Danke, Commander. Sie haben Ihren Ahnen Ehre erwiesen. Und unsere Feinde besiegt. Weil Sie siegreich waren, verleihe ich Ihnen hiermit den Ehrentitel des obersten Shogun. Ich bin an der Nordküste von Oahu, wirklich wunderschön und absolut ruhig. Wollen Sie mich nicht besuchen? Kommen Sie schon, Commander. Jeder muss sich doch hin und wieder erholen. Selbst ein Shogun. Hi. Tja. Dann haben wir das jetzt auch geschafft. Ja, das war's wohl, ne? Mit ein bisschen koordinierter Truppenarbeit ist die letzte Mission da ganz gut. Ja, vor allen Dingen, wenn man rechtzeitig die Kanonen zerstört. Die Proton-Kollider, die müssen rechtzeitig fallen, dann ist die Mission super easy. Ja. Ich mein... Ich hab ja auch Druck gemacht, wie weiß ich nicht mehr. An Land habe ich auch Druck gemacht, sobald ich meine ersten Energiewellenartillerien hatte, weil da konnte ich die Stützpunktverteidigung von denen rausnehmen und dann konnten meine Infantrieeinheiten da rein. So, ich hab... Ich hab einen Großteil von denen tatsächlich wirklich mit Infantrie überrannt. Das war ja der Witz an der Sache. Okay. Äh, ich mein, was ich am Anfang gebaut habe. Also, ich hatte die zwei König-Uni aus meiner Startarmee, ich hatte Yuriko und ein paar Infantrieeinheiten. Ich hab zusätzlich noch 15 kaiserliche Krieger und 15 Panzerknacker gebaut und 5 Energiewellenartillerien. Damit hab ich die überrannt. Das hat gereicht bis zum Schluss. Erstaunlich, ne? Ja. Ja, dann... Ja. Schön. Ein Projekt. Ja, gut gemacht. Ja. Damit sind wir mit der Sache hier fertig. Demnächst geht's weiter mit Alarmstufe Road 3, der Aufstand oder auch Uprising, mit dem Herausforderungsmodus. Ich hab wie gesagt schon angefangen, das Ganze aufzunehmen. Drei Stunden Aufnahme hab ich schon. Ja. Dann geht's dann dort demnächst weiter und wir verabschieden uns hier jetzt erst mal und mal schauen, was wir zwei demnächst jetzt noch machen, ne? Ja. Verabschieden wir mal. Okay. Also, wir sehen uns in Uprising. Bis dahin, macht's gut! Tschönt. Dann geht's Welt um.